ARDISCH KALT! ARDISCH KALT! ARDISCH KALT! Alter Scheißhaffnirn! 1... 3... 1 3 4 Ja das ist gut. Das ist gut, ja. Bei allem das. Weil jetzt sehe ich gar nichts. Also jetzt gerade eine Regenpause ist ganz gut. Jetzt haben wir so eine kleine Wied hier direkt am Weg eigentlich gefunden. Und das müssen wir jetzt auslösen. Und jetzt brauchen wir schon die Zeit. Das sind übrigens die Socken. Die Possen wird vollkommen ausgenutzt. Die war jetzt echt lang. Oh jetzt fängt gerade wieder das Trim an. Okay es traftet gerade wieder ein bisschen. Das Feld haben wir aufgebaut. Da ist sie fix. Christian hat so eine Schlafhose wieder. Hier werden die Sachen ganz professionisch natürlich getrocknet. Jeder hat zwei Stecken. Hier herangeklipst die Socken. Bei mir auch hier üben. Regenjacke, Hose. Also die Sachen die halt am wichtigsten sind. Die wir hoffentlich morgen nicht wieder brauchen. Wir haben es gerade richtig gut erwischt. Also jetzt regnet es endlich mal wieder nicht. Wirklich besser hätte es gar nicht kommen können. Regenpause und perfekter Stellplatz. Und heute früh hatten wir auch keinen Regen beim Abbauen. Also heute der Tag war eigentlich ganz gut. Und dann haben wir heute sogar noch 26,7 Kilometer geschafft. Rundrum ist hier gar nichts mehr mittlerweile. Abendessen für heute. Im Zelt. Es regnet die ganze Zeit. Bisschen Fladenbrot. Sehr schick. Wir mussten halt die Sache ein bisschen komprimieren, damit wir mehr Platz im Rucksack hatten. Ich weiß nicht. Es gehört glaube ich so. Oder es gehört so. Zum Nachtisch gibt es noch die schönen Kekse hier. Guten Abend. Es ist viertel vor neun. Wir gehen jetzt gleich ins Bett. Wir können sehen, es regnet gerade nicht. Das ist eine Ausnahme. Siehst du nicht verarschen? Und es fängt wieder an. Und es fängt wieder an. Vorhin genau, genau dasselbe. Wir haben Zähne geputzt. Wir haben angefangen und hat sofort das Regnen angefangen. Jetzt gehen wir wieder für zwei Sekunden raus und es regnet sofort wieder. Dabei hat es die letzten fünf Minuten überhaupt nicht geregnet. Egal. Das ist unser Ausblick. Da hinten sieht es sogar ganz bisschen gut aus. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Hoffentlich ohne Regen. Guten Morgen. Sonne scheint. Aber wer weiß wie lange noch. Erstmal wird das Zelt schön getrocknet. Haben wir rumgedreht. Da hinten. Wieder auf unseren Stecken. Professorisch die Kleidung. Hier laden wir gleich wieder unsere elektrischen Geräte. GPS, Kamera und Handys auf. Haferflocken, Milchpulver und Wasser. Und fertig. Christian hat den Luxus und kriegt noch Rossinen dazu. Das ist unser Frühstück für die nächsten, ich sag mal drei Wochen. Wir haben jetzt hier mal unser ganzes Essen aufgereiht, was wir so dabei haben. Für unsere sechs Tage jetzt bis zur ersten Hütte. Und außerdem noch ein paar andere Sachen, die wir dann quasi noch mehr Tage mitnehmen. Wie zum Beispiel das Milchpulver und noch ein paar Snacks, die wir dabei haben. Weil die kriegen wir auf den Hütten nämlich nicht. Das erste, wir haben viermal unser Toastbrot. Mittlerweile eins schon verzerrt. Wir hatten es ja fünfmal. Dann haben wir zweieinhalb Kilo Spaghetti. Meine ein Kilo Rosinen. Jeder von uns hat einen Kilo Haferflocken. Meines ist schon ausgelaufen, weil es ein bisschen nass war. Dann haben wir hier einmal Marmelade für das Brot. Zweimal hier so Kekse. Milchpulver für das Frühstück. Dann Äpfel. Der Michel, der hat da noch seine Oreo-Kekse für das letzte Mal. Und ein Pickup von zu Hause. Bananen. Das sind unsere ganzen Soßen hier. Drei verschiedene. Für die Nudeln. Dann haben wir hier noch ein paar Snacks, die wir dann quasi über die gesamte Wanderung auch essen werden. Das nimmt halt schon den Großteil vom ganzen Rucksack ein. Wahrscheinlich auch das meiste Gewicht auf jeden Fall. Ja. Und Wasser kommt ja noch nicht mehr dazu. Aber wir sind noch klitschnass von gestern. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da jetzt rein. Ah. 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 Wir sehen hier langsam. Boah. Cool, ey. Ah. Und ein bisschen der Brötchen. Boah. Richtig krass aus, gell. Wir verlassen jetzt diesen schönen Wasserfall. Treppelt schon wieder. Bisschen blöd. Aber solange es beim Treppeln bleibt, ist es, glaube ich, voll in Ordnung. Hauptsache es regnet nicht so wie gestern, richtig? Genau. Ja. Ich denke halt das isländische Wetter, das wird so bleiben. So bewölkt. Ein bisschen Nieselregen. Ja. Aber ist eigentlich ganz in Ordnung. Abgesehen vom Strom, ja. Aber den kriegt man schon irgendwie zusammen. Okay, dann muss man reintrappen, glaube ich. Ja, aber wir müssen da durch. Ein anderer Weg existieren. Okay. Boah, ja. Ich steh mitten drin. Mit der Kamera in der Hand. Da kann man richtig weit schauen. Das ist richtig krass. Mit den ganzen Heuballen unten noch drauf. Und da hinten die Berge. Heftig. Hier haben wir noch schöne Island-Ponys. Und das Wetter ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. Also, das wechselt die ganze Zeit. Mal kann man für eine Viertelstunde im T-Shirt rumlaufen. Vor allem ist es richtig warm. Und dann die nächste Viertelstunde regnet es halt kurz wie jetzt gerade. Da muss man halt ständig stehen bleiben und Sachen ausziehen, anziehen. Das kostet halt auch ein bisschen Zeit. Ja. Es wird gerade ein bisschen nervig. Aber besser als gestern, würde ich sagen. Ja, das ist toll. Wir sind jetzt gerade in U-Shirt angekommen. Das ist dieser letzte Ort vor der Pampa quasi. Also vor dem Nichts mehr. Und hier ist nochmal so ein kurzer Campingplatz. Wir haben jetzt gefragt... Oh, da ist der Hot Top, Christian. Ich weiß. 38 bis 40 Grad. Oh, Zeit. Ja. Ja. Egal. Das war jetzt gestern. Wir haben hier irgendwo übernachtet. Und jetzt sind wir gerade hier. Und ab jetzt geht es dann hier hoch. Da. Das ist die erste Hütte, wo wir hinwollen. Genau. Und dann geht es hier so weiter. Und dann hier. Und dann da. Da. Und unser Ziel ist... Da. Ah, genau. Und hier. Ich muss mal für dich jetzt Info dackeln. Und das ist unser erster Supermarkt wieder. Ah, ja. In... Welcher Lied. Wir sind mittlerweile weitergezogen. Wir haben jetzt ungefähr fast zwei Stunden in diesem Campingplatz oder in dieser Hütte verbracht. Mal ein bisschen was gegessen. Sogar mit warmen Wasser zum Beispiel die Haferflocken aufgegossen. Und ich darf stolz verkünden, dass wir bereits ein Sextel der ganzen Tour geschafft haben. Zunächst geht es auch querfeldein. Gibt es keine Wege mehr. Aber ich denke, so lange zieht sich die Strenke dann doch nicht, oder Christian? Wir holen jetzt nochmal Wasser. Weil es vermutlich die letzte Stelle oder Möglichkeit für heute Abend ist. Es wird vermutlich sogar die letzte Wasserholenmöglichkeit bis morgen Abend. Und das sind zwei Quellen, vermuten wir. Also erstmal da kommt es aus dem Stein raus. Und hier steht es direkt aus dem Nirgendwo. Also es müssen eigentlich Quellen sein. Richtig cool. Also frisches Quellwasser. Brust. Ist aber arschkalt. Liebe Damen und Herren. Jetzt geht's in die Pampa. Auf geht's ins Gemüse. Wenigstens gibt es ja Vitamine und so, ne? Ja. Gut. Ich bin soeben den letzten Meter auf dem befestigten Weg. Naja. Gangen. Und nun gehen wir uns ca. 13 Kilometer in die Pampa und laufen im Querfeld ein. Durch dieses ganze Moos zu laufen ist natürlich auch noch ziemlich anstrengend. Mit so 20 Kilo oder noch ein bisschen mehr auf dem Rücken sackt man da ganz schön ein. Wenn das Moos so hoch ist. Ja. Anstrengend. Wir haben jetzt ein super Zeltplatzier gefunden in so einer kleinen Kuhle. Das heißt, es ist ein bisschen windgeschützt. Das ist perfekt. Um uns herum nur Berge. Das heißt aber leider auch, wir haben keinerlei Empfang. Und da kommen wir schon zu diesem coolen Garmin. Das ist InReach Mini und damit können wir quasi über die Satelliten kommunizieren mit Personen, die uns eben nahe stehen und denen eben mitteilen, dass es uns gut geht und dass wir gut angekommen sind. Wir können da vorgefertigte Nachrichten absenden, quasi einmal pro Tag. Oder eigentlich so oft wir wollen, aber wir senden die eben einmal pro Tag ab. Und dann wissen die ganz genau, wo wir sind und dass es uns gut geht. Tag 6 hat begonnen, wir haben sogar Sonne. Richtig schön hier. Jetzt geht es erst mal Querfeld ein, wieder weiter. Das sind ungefähr noch so 12 Kilometer, würde ich mal sagen. Danach treffen wir wieder auf die Straße. Heute steht auch noch eine Flussquerung an. Mal schauen, wie die wird. Ansonsten ist die Etappe heute relativ entspannt. Aber, also von den Kilometern her, aber trotzdem anspruchsvoll, weil wir eben jetzt hier Querfeld einlaufen. Und das raubt halt schon nochmal einige Kräfte. Wir laufen jetzt ca. 2 Kilometer Querfeld ein. Das ist ein Krall da hinten. Aber es kostet halt schon sehr viel Kräfte, muss man sagen. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen bessere Landschaft. Mehr so Gesträucher und Wiese im Weg. Quill. Dieser Weg, den man übrigens hier kaum erkennen kann gerade, der hat uns sehr viele Kräfte erspart. Wir kommen von dem Berg da hinten. Ab diesem Berg sind wir quasi querfeld eingelaufen. Und jetzt die letzten 3-4 Kilometer sind wir eben auf dem Weg gelaufen, den wir zufällig gefunden haben. Der war nicht mehr auf dem GPS eingezeichnet. Meine Schuhe sind immer noch ziemlich nass. Ich habe das Gefühl, ich bekomme den nächsten Blasen. Wir sind da ja auch ein bisschen am Gelände. Jetzt machen wir eine kurze Pause, also eine Frühstückspause. Wir haben noch nicht gefrischstückt. Jetzt ist es kurz vor 11. Genau, und dann geht es weiter. Wir sind übrigens seit längerer Zeit schon nicht mehr auf dem Weg, weil der irgendwie nach rechts abgebrochen ist. Und wir mussten halt den Weg hoch. Das heißt, wir müssen jetzt wieder kurz einlaufen. Das Problem ist, das ist halt alles so Guckelpiste. Und das läuft sich halt ziemlich schwer. Man sackt die ganze Zeit ein, hoch und runter. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir laufen davor zu diesem Schotterzeug. Wir laufen dann da vorne die ganze Schotterpiste entlang, bis vorne zur Straße. Das ganze Geröll hier unten. Das sind halt so große Steine. Der stolpert immer die ganze Zeit drüber. Und es sackt ewig oft ein und nach links und rechts. Also keine Ahnung. So richtig gerade kann man nicht laufen. Aber da vorne bei den Sturmbasten, da ist jetzt eine sogenannte F-Road. Und das sind so eine Art Straßen, die laufen eigentlich durch ganz Island durch. Oh, da regnet's. Ziemlich stark sogar. Wir haben jetzt die F-Road erreicht. Das ist sie hier. Ich hab mir die irgendwie krasser vorgestellt, muss ich sagen. Wir warten nicht mehr als den Schotterweg. Ja schon, aber ich dachte, der Schotterweg ist zumindest ein bisschen krasser ausgebaut. Dann hat man die Fahrer schon besser mit anderen Fahrzeug. Man kann da hinten tatsächlich auch ziemlich gut den Gletscher erkennen. Aber man merkt auch sofort den Unterschied, wie leicht man auf dieser F-Road laufen kann. Wir haben jetzt zwei Wanderstuhe gefunden. Unsere sind ja schon ziemlich zammengelaufen und nass. Ich glaub, hier wäre die bessere Wahl gewesen. Weil die sind schön trocken. Und... Ja, Grip ist glaub ich auch noch vorhand. Also gucken wir an. Ja, Gummi ist noch da. Das Rütte ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Eigentlich nur noch um den Berg da hinten rum. Und da ist er dann schon. Und da vorne haben wir jetzt ein Auto entdeckt. Da ist sogar ein Mann, der da, glaub ich, davor steht. Guck mal zur Flussquerung, die wir ja den ganzen Tag schon ein bisschen befürchtet haben. Verheizend, aber auch reißend. Boah, krass. Das sah von Weitem jetzt irgendwie viel ruhiger aus. Weil wir davor, da sieht er flach aus. Wir kommen von da sehr weit vorne irgendwo. Und jetzt haben wir uns für diese Stelle hier entschieden. Weil die halt relativ breit und flach oder so aussieht. Also es ist halt trotzdem noch eine starke Strömung, ne? Gut. Crocs an, Hose aus und rüber da. Pass auf, das ist immer hier drin. Ich bieße früher richtig ein. Ich bin jetzt ganz gerade ja. Ich bin jetzt ganz gerade ja. Boah, ey. Ah, kalt. Ja, also es war halt kalt. Wasser ging jetzt ungefähr bis hier so vielleicht. Und, ähm, sieht man auch übrigens, was rot ist wohl nicht. Ja, richtig. Genau. Ne, also eigentlich ist gut verlaufen. Die Kochzeiten, wie viel bezahlt wird, würde ich sagen, ne? Ja. Die waren wichtig. Die waren richtig. Fass schon, ja. Ja. Ging gut. Zum Glück. Wir sind jetzt an der ersten Deutsche angekommen. Komm mal reinschauen. 5500, das sind 38 Euro. Oh, bitte? Ja. Ui. Ich weiß, wie war das drin? Die Hütte lassen wir jetzt hinter uns. Wir schauen weiter. Jetzt kommen wir in so eine, ich glaube es ist eine Steinwüste. Müssen wir mal schauen. Und deswegen wird es auch ein bisschen schwieriger, einen Zeltplatz zu finden. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, wir laufen jetzt noch einen Kilometer etwa. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Kommt drauf an, wenn wir was Gutes finden. Da legen wir uns rein. Vielleicht könnt ihr es jetzt sehen. Das war ja das Haus, das wir vorhin angeschaut haben. Wir haben beschlossen, wir gelaufen jetzt einfach nochmal zu den Wasserbällen hoch. Und dann eingezeichnet. Könnt ihr jetzt hier sehen. Wir waren trotzdem ja heute 3,1 mit der neue Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Ganze wird krass. Und wir denken, dass wir viel wieder eingelaufen sind. Apropos laufen. Uns fehlt gerade ziemlich die Energie, würde ich sagen. Ja. Wir sind ziemlich fertig. Wir sind jetzt das ganze Stück relativ zügig gelaufen. Zwar ohne Rucksäcke. Die haben wir hinten gelassen. Aber es ist ja trotzdem ultra anstrengend. Aber es hat sich denke ich schon gelohnt, den Wasserbällen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Das Feld ist aufgebaut. Wir haben auch schon gegessen. Das war sehr gut. Diesmal haben wir sogar die Nudeln relativ durchgekocht. Das heißt, wir haben sogar mehr Menge gehabt. Das war auch wichtig. Es ist 6 Uhr. Jetzt soll es auch gleich regnen. Deswegen werden wir zügig ins Zelt gehen. Wie war der Tag heute, Christian? Sehr anstrengend. Wir haben wenig Energie. Und wir werden diese wieder auftanken, indem wir schlafen. Bereit zu machen für den 30 Kilometer Tag morgen dann. Ja, der wird nochmal hart morgen. Morgen und übermorgen werden zu viele Kilometer sein. Ja, genau. Weil wir jetzt gemerkt haben, dass das ganze Querfeldeinlaufen ein bisschen anstrengend ist. Und wir haben unsere Route dementsprechend ungeplant. Und laufen jetzt diese eine M-Tut entlang. Und kommen so zu den nächsten Kilometer. Die Füße sind halt trotzdem immer noch ziemlich aufgeweicht. Hier eine kleine Blase. Und hier ist halt auch eine. Es ist halt nicht so schön, wenn man den ganzen Tag in nassen Schuhen und Socken läuft. Und die sind halt auch immer noch nicht trocken. Wir haben sie jetzt den ganzen Tag getrocknet. Mittlerweile von außen sehen sie gut aus. Aber innen ist halt immer noch sehr feucht. Socken trocknen auch eher zäh. Und wie ist das Wetter? Ja. Komisch irgendwie. Da kommt ein Spaß. Da ist blau. Heute ist es ultra windig. Die ganze Nacht hat es richtig gewindet. Die Zelte hat es immer so reingedrückt. Von der Seite hin und hinten. Also allgemein war es ziemlich schwierig, die ganzen Sachen zusammenzubauen. Zelt, Isomatte und so. Es ist tatsächlich nicht so sonnig wie wir dachten. Aber vielleicht kommt die Sonne her. Trotzdem heute noch ein bisschen raus. Wir haben uns jetzt hier ein windgeschütztes Plätzchen ausgesucht. So ein Fluss, der ausgetrocknet ist. Genau. Und das halt mitten in dieser komischen Steinwüste. Aber es ist halt so windig. Und hier ist halt einigermaßen ertragbar. Unser alltägliches Frühstück. Haferflocken mit Milchpulver und Wasser. Aber das Problem ist. Wir haben nur noch so viel Haferflocken. Wir sind ungefähr 250 bis 300 Gramm. Würde ich jetzt mal schätzen. Und das für die nächsten drei Tage. Und das ist halt schon echt sehr sehr knapp. Ich glaube wir ziehen bereits seit zwei Stunden ungefähr diese schönen Steinwüste rum. Und ich glaube das folgen auch noch einige Stunden. Dieser Weg fährt ja komplett durch diese Wüste durch. Das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Okay. Ja, das macht wieder. Heute ist rasch kalt und super windig. Das ist echt cool, die Pausen kühlen halt unglaublich aus. Heute geht es ab und schaut mal ein bisschen weiter. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es ab und schaut mal ein bisschen drauf her. Jetzt können wir heute eine richtige Wind für den Kopf. Jetzt geht es ab und schaut mal ein bisschen drauf her. Jetzt geht es ab und schaut mal ein bisschen drauf her. Jetzt geht es ab und schaut mal ein bisschen nachgelastet. Wir schauen, wie das heute mit dem Zelt war. Allgemein das ganze Gesicht, die Lippen und so trocken. Ich glaube nicht bloß. Ein 150 Höhenmeter geht das auch. Das ist super anstrengend hier hoch zu laufen. Wenn es die ganze Zeit gegen geht. Aber man muss positiv Dinge sehen. Denn es könnte sich nur mit Wind, 82 Meter bauen und die Tornpfeifen. Oder es könnte auch regnen, aber es ist ja ein bisschen heiß. Ein richtig gutes Wetter heute. Wuhu, wir sind hoch angekommen. Jetzt haben wir zuerst so die gemeldeten Bretter, diese Stein laufen. Weil es ja hier beiden breit nichts gibt, wo wir übernachten könnten. Deswegen wird es leider auch einigermaßen geschafft. Wir sind heute insgesamt 30,5 Kilometer gelaufen. Das war somit unser längster Tag bisher. Außerdem haben wir heute 1.300 Höhenmeter gemacht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es ist tatsächlich scheinbar so. 1.300 Höhenmeter und Abstieg waren es ein bisschen über 1.000. Also auch schon ganz schön habe ich. Also es ist arschkalt. Wir haben jetzt mal ein bisschen Müllen gemacht. Heute gibt es mal wieder die braune Sauce. Mal ein bisschen abwechselnd mit dem Leben. Es ist so kalt. Wir haben jetzt gerade mal nachgeschaut. Es ist ungefähr 6 bis 7 Grad. Es ist 19 Uhr. Wir gehen jetzt gleich ins Bett. Ich putze schnell noch Zähne. Ja und hier ist es fast nicht mehr auszuhalten. Die Sonne täuscht. Bescheid zwar. Aber es ist arschkalt. Wir haben 2 Grad. In der Nacht war es auch so kalt. Ich habe richtig gefroren. Da musste ich extra noch Kleidung mit meinem Schlafsack stoppen und so. Der Winter hat ein bisschen nachgelassen. Trotzdem fühlt sich halt so mit 20-30 kmh gegen Wind die Beziehlichkeit an. Ein bisschen auch relativ hoch gerade. Wenn wir vielleicht ein bisschen runter gehen, wird es vielleicht ein bisschen besser mal schauen. Wenn wir noch mal eine Stunde von dir laufen und dann sind wir schon da. Im letzten Tag haben wir diesen einen Gletscher gesehen. Jetzt können wir ihn noch genauer sehen. Hier ist eine Eisbäche. Und hier kommt nach vorne. Krass wie Grunde ist. Einmal ein! Das ist mein Herz. Dowager 5-50-80-35. Soll das überstehen. Die Beziehung wurde erhurally nachvoll. Das ist einfach, so. Wir haben die Beziehung. Dixen. Sie sind eine Beziehung. Woher haben Sie die Beziehung. Sie sind kein Wolfgang. Was ist eigentlich nur so. Wir haben mittlerweile 17 Kilometer und fast unser Tagesziel erreicht ist da vorne in der Hütte. Jetzt lassen wir die letzten drei Tage nur Steinwiste hinter uns. Wenn wir mal hochschauen, das macht keine Wolken. Das ist richtig herrlich. Man braucht trotzdem noch so einen kleinen Pulli, weil es doch ein bisschen billig ist. Jetzt kommen wir noch mal kurz rein in die gute Stube. Die ist ein bisschen moderner. Wir haben jetzt einen Dachboden. Ja. Ich habe mir das da gelassen. Kichererbsen. Wollen wir die essen? Justin verzeiht jetzt seine geschnurrten Bohnen. Die sind so genial. 400 Gramm Kichererbsen. Perfect. Wir haben jetzt die Sonne ein bisschen genossen. Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Christian hat ein bisschen sein Buch weiter gelesen. Jetzt geht es auf diesem schönen Pfad hier weiter. Ein bisschen durchs Moorgebiet. Und wir haben gerade auf dem Schild gesehen. Es sind noch ungefähr 39 Kilometer bis zu unserer ersten Verpflegungszüte. Christian hat seinen Teller aufgelevelt. Von der Plastikflasche zur Dose. Mal gucken, was am Schluss rauskommt. Ja. Wahrscheinlich ein Teller dann. Guten Morgen. Heute sieht es ziemlich düster aus. Aber der Schein trübt so wie gestern. Es ist eigentlich relativ angenehm. Bisschen kühl. Aber dafür ist total windstill. Das ist natürlich echt herrlich. Wenn der Wind nicht die ganze Zeit um die Ohren pfeift. Die Nacht war auch relativ angenehm. Ein bisschen kühler als erwartet finde. Ich hatte meine Daumenjacke sogar an. Und so langsam ist man im Leben des Wanderers angekommen. Man stellt um 8 Uhr auf. Zelt anbauen. Sachen rauspacken. Wieder reinpacken. Alles schön sortieren. Weiter geht's. Dann die Kilometer ablaufen. Frühstücken. Mittagessen. Und dann am Abend wieder Zelt aufbauen. Und nochmal kochen. Und ins Bett gehen. Das ist die ganze Tagesroutine. Und langsam ist man halt so richtig gut angekommen. Mein Frühstück hält sich heute in Grenzen. Jetzt nicht sehr viel. Aber ich habe ja auch nur noch so viel in der Packung. Und das muss ja für morgen noch reichen. Das sind so viele Rillen hier. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 11, 12, 13, mindestens 13. Von Hibitanis kommen wir. 9,7 Kilometer. Und nach Querbrekamuli gehen wir. Der erste Wanderer, den wir sehen. Also der Michael, der hat in Rekkeweg im Supermarkt oder zwei gesehen. Aber das ist der erste, den wir so richtig auf Wanderwegen sehen. Oh ja, das ist noch ein paar Hikern. Oh ja. Are you from Iceland? No, I'm nicht from Iceland. No. Where are you from? The Netherlands. Ah, nice. We are from Germany. Oh, okay. The neighbors. Nice. Okay. Where did you start? Rekkeweg. Oh, okay. Okay. But you are the first one we saw on this whole trip. So it's very amazing. Yeah. Yeah. Last night I was at the hut and there were just three older people. Oh, okay. So. Where did you stay tonight? Yeah. Just the next hut. I don't know the name. Yeah. Okay. It's nice there. Did you start in Arvidere? No, no. We started in Rekkeweg. Oh, okay. Yeah. We are crossing Iceland on foot. Oh, okay. Crazy. We try to. Now it's day nine already. Yeah. We want to do it in like 26 days. Okay. Oh, amazing. Yeah. Yeah. We're going to ride a lift. We're going to ride a lift. But... ... and then the... I'm going to ride a lift. Yeah, I feel like that. We're going to ride a lift. I'm going to ride a lift, then we're going to ride. Yeah. Okay. Auf welchem bist du? Den? Es ist jetzt zwei Tage relativ verschont geblieben im Regen, aber jetzt fängt es leider wieder ein bisschen an. Wir haben die nächste Hütte erreicht, da vorne stehtste. Bei der werden wir jetzt wahrscheinlich kurz Pause machen, aber wir werden danach noch ein Stückchen weiterlaufen. Wir haben gerade Wackelpudding gefunden, den werden wir jetzt mal machen. Salz filmen wir auf, jetzt müssen wir noch vielleicht eine Nadel suchen. Eine Nadel brauchen wir, weil unser Kocher ein bisschen verstopft ist und den wollen wir entlüften. Wackelpudding ist mehr oder weniger fertig. Wir haben gerade festgestellt, dass wir beide nicht so gerne Wackelpudding essen, aber wir haben natürlich keine andere Wahl. Wir müssen Kalorien auffüllen und unsere Mägen füllen, deswegen rein damit. Ich habe den Kocher wieder ein bisschen repariert. Die Flamme, die war ja die letzten Tage ein bisschen kaputt. Da kam nicht mehr viel raus. Irgendwie ist das Gas glaube ich nicht durch dieses kleine Löchchen ausgetreten. Das habe ich versucht mit Streichhütten jetzt zu beheben. Geht jetzt deutlich besser. Mal schauen, ob wir heute Abend Nudeln machen können. Nach etwa drei Stunden Aufenthalt in dieser schönen Hütte da hinten geht es jetzt auch weiter, sogar mit ein bisschen Sonnenschein. Die nächste Hütte liegt jetzt ungefähr 13 Kilometer entfernt. Die werden wir aber erst morgen früh dann erreichen. Zwischendrin, also zwischen diesen zwei Hütten, werden wir unser Zelt dann irgendwo aufschlagen. Da geht es jetzt runter, Christian seht dich da unten, der Weg ist ziemlich stein da unten und dieser Schlucht fließt zum Fluss hinwein, von dem wir übrigens auch noch Wasser brauchen. Der Tag nimmt ein Ende, wir haben unser Zelt da hinten aufgeschlagen, es ist immer noch ultra kalt, also seitdem wir eigentlich diesen Hang da hinten runtergelaufen sind und Wasser aufgefüllt haben, hat es erstmal kurz angefangen zu regnen und dann wurde es halt ultra kalt und es ist auch wieder ein bisschen windig und auf dieser großen Ebene hatten wir ja kaum Schutz. Deswegen haben wir uns diesen kleinen Hügel da hinten ausgesucht, der zumindest ein bisschen vor Wind schützt. Hinter dem Zelt haben wir natürlich gekocht, um den Windschatten ein bisschen auszunutzen. Es gab natürlich wie immer Nudeln. Die einzige Abwechslung, die wir natürlich haben, sind die verschiedenen Soßen. Morgen kommen wir dann nochmal zu der nächsten Verpflegungshütte oder zur ersten Verpflegungshütte eigentlich. Da werden uns dann wieder Nudeln, Haferflocken und Äpfel mitgegeben. Die Nacht wird kalt, deswegen wieder hier mit Daulenjacke am Start. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.